Musik Allerlei Frisches aus Hamburg und Umgebung. Jeden Dienstag und Freitag findet hier unter den Gleisen der U3 der Isemarkt mit ca. 200 Ständen statt. Einen davon betreibt der sogenannte Kräutermeite. Schon seit 10 Jahren verkauft er hier seine Ware aus den Vierlanden. Das Schöne oder das Besondere am Isemarkt ist tatsächlich, dass er dieses alte Bahnviadukt hier hat. Jetzt fährt die Bahn auch, jetzt kann man es hören. Aber was für uns den Vorteil bietet, dass dies mehr oder weniger der Allwettermarkt der Stadt Hamburg ist. Also es kann regnen, es kann die Sonne scheinen, es kann schneien, es kann hageln. Aber wir haben hier immer ein geschütztes Dach für unsere Kunden. Das ist ein Riesenvorteil, den wir haben. Und es sieht auch noch schön aus. Also wir sind mitten in der Stadt, wir sind hier in Eppendorf. Das ist schon ein schöner Stadtteil und dann noch dieser schöne Wochenmarkt. Das gefällt mir schon sehr. Neben den klassischen Marktprodukten bieten viele Händler auf Deutschlands längstem Freiluftmarkt Spezialitäten und Streetfood aus anderen Ländern an. Aber auch Schmuck, Kleidung und jede Menge anderes Souvenirs sind im Angebot. Die Isestraße ist noch sehr touristisch belastet, weil wir viele Touristen haben, Hamburg-Touristen, die hier sich ein Wochenende machen oder so und dann auch im Touristikführer lesen, Besuch die Isestraße. Wovon wir Händler nicht so begeistert sind, weil das sind nicht unsere Kunden. Die essen vielleicht eine Wurst oder einen Backfisch oder sowas, aber die nehmen kein Kilo Kartoffeln oder ein Kilo Spargel oder ein Bund Petersilien mit. Das ist eigentlich nicht das, was wir Wochenmärkte suchen. Wir brauchen den einheimischen Endverbraucher, der bei uns einkauft. Das ist sehr, sehr wichtig. Das darf man nie. Wir sind kein Volksfest. Wir sind Grundversorger. Und das steht auch immer im Fokus eines Wochenmarktes. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben frisch erzeugte Lebensmittel immer Vorrang, einen Platz zu kriegen auf Wochenmärkten. Und die finden ihre Abnehmer. Aber auch sie wissen die Atmosphäre zu schätzen. Ja, einmal kann man schön hier so rauf und runter gehen und sich das angucken. Die ganze Atmosphäre ist einfach schön. Das Flair insgesamt und das Angebot und die Qualität der Waren. Mir gefällt besonders gut die Vielfalt und dass ich also auch meine eigenen Gemüsestände habe, wo ich weiß, dort bekomme ich also gute Ware. Wir haben eine Bewerberliste von über 180 Händlern, die auf die Isestraße wollen. Also wenn man hier als Wochenmarkthändler oder als Erzeuger einen Platz hat auf der Isestraße, ist das schon was sehr Besonderes. Das ist unter Wochenmarkthändlern schon der Sechser im Lotto. Wir machen so weiter wie bisher. Dienstag und Freitag. Unsere Kunden kommen, wir verkaufen und fahren nach Hause. Dienstag und Freitag.